good morning in the morning und ein wunderschönes wochenende wünsche ich euch wir sind zurück zu einem neunten let's play wir gucken mal ich bin fertig genau wollte ich sagen mein erstes derby und ich bin fertig finde ich richtig cool zehn von zehn 3200 punkte ich würde sagen gut ich würde sagen gut ich habe gestern noch eine weizen aufgabe gemacht ihr seht ich habe hier so ein paar weizen verbraucht ein paar weizen habe ich weg gemacht muss man eben gucken minze und so viel minze wer kann bitte so viel minze anbauen das ist echt ich habe jetzt gestern angefangen hier so ein bisschen aber lust habe ich eigentlich gar keine minze anzubauen vor allem nicht so viel ich gar keine zeit gar keine lust für na zucker bräuchte ich eigentlich ich muss jetzt hier zucker anpflanzen und dann noch mal ja minze 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 wo ist denn überhaupt hier 76 ja also wirklich also und dann machen wir die noch muss jetzt gucken dass ich die minze quasi über einen längeren zeitraum irgendwie ey das ist ja noch immer noch nicht fertig ein tag 24 kommen wir wir holen das jetzt einfach oh was war das mein magen schon wieder ey ohne jetzt das habe ich diesmal gar nicht gar nicht kommen es ist einfach jeden tag dasselbe ich hunger mich irgendwie irgendwann mal zu tode mein magen diesen kaffee verkraftete einfach nicht sagt da ist die neue maschine ich würde sagen wir gucken uns mal den schmortopf an was da so rein kommt und ob wir wirklich hier die plätze frei kaufen müssen eigentlich ja 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 bin ich mit einverstanden drei zwei und eins finde ich gut vor allem weil er diese kokosnuss mit rein kann hier auch schon wieder was mit sahne und speck weil also es ist wirklich überall sahne und speck das ist wirklich katastrophe und hier auch wieder speck und der rest ist okay der rest ist okay so wir werden jetzt mal hier so ein paar plätze freikaufen oh man das kostet wieder und dann werden wir hier einfach mal ein paar machen wie lange dauern die eine stunde 30 zwei stunden zwei stunden zwei stunden zwar ja ist okay ist okay so von vom design her auch nicht der hässlichste ist eigentlich okay gibt es wirklich schlimmere maschinen zum beispiel hier hinter diese diese joghurt maschine oder was das ist ja also joghurt maschine finde ich finde ich ganz grauenhaft die finde ich nicht so schön übrigens voll krass ich hätte das nicht gedacht niemand also es schreiben generell nicht so viele leute aber es hat wirklich niemand geschrieben dass er diese hüte feiert deswegen werde ich jetzt alle meine tier also da sind richtig viele leute gewesen also nicht richtig viele aber die leute die geschrieben haben haben gesagt nö also ich finde die hüte auch albern ja krass voll viele ich sag mal ja also die die geschrieben haben voll viele ich glaube drei oder vier leute haben gesagt die finden die albern und die bräuchten die nicht deswegen mache ich jetzt auch hier ganz auf classic diese dämlichen hüte weg ja kein mensch braucht hüte auf tieren sieht halt einfach wirklich albern aus kann man zu karneval machen also karneval okay so motto mäßig wenn die automatisch dann auf hätten könnte man machen ja aber so ganze jahr über die tiere mit irgendwelchen dämlichen hüten ausstatten ja bin ich tatsächlich nicht der einzige der der das albern findet finde ich krass hätte ich nicht gedacht hätte ich wirklich nicht gedacht ich dachte so alle finden das super alle nö stimmt überhaupt nicht farm pass erreicht ähm gucken wir mal rein nein einfach mili mili wie viele pünktchen fehlen denn da 324 und 25 ein punkt fehlt es fehlt ein punkt das darf ja wohl nicht wahr sein 50 tomaten oder beginne die bedienung eines stadtbesuchers ja das kriegen wir hin das kriegen wir hin das ist ja wohl nicht das problem holen wir hier noch eine schindel ab so komm komm raus aus dem zug wir brauchen dich jetzt hier komm ich fütter mal eben jetzt hier so ein paar zoo tiere habe ich ja sonst mache ich irgendwie nie die sind schon gefüttert so die lasse ich schlafen lasse ich schlafen lasse ich schlafen ich lasse einfach mal alle schlafen gucken wir hier rein ein puzzleteil so ein zack zack wartet zack zack sehr cool sehr gut richtig bescheiden habe ich gerade die aufnahme beendet aus versehen jetzt muss ich es am laptop zusammen schneiden also das finde ich richtig doof das finde ich richtig blöd also das hätte ich mir gerne erspart ja ich hätte es einfach gerne vom handy wieder hochgeladen fertig ne jetzt muss ich na egal einmal diamanten für ähm guck mal direkt schon zwei mal weg wupp 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 ey die leute sind schnell hier die leute sind schnell das wird nicht lange im chat sein glaube ich das wird nicht lange im chat sein so komm die kann man alle löschen hier da kommt doch eh nix da kommt doch eh nix hier so schiff ist da ey wo wohin schiff ist da gucken wir mal rein boah 14 also ne jetzt habe ich das popcorn das habe ich nicht gesehen oh man um hilfe um hilfe um hilfe um hilfe alles um hilfe um hilfe oh man 14 mal popcorn am besten tue ich was in den shop hier bohnen so ey es ist ich wollte schon sagen es ist weg linus hat es auf jeden fall bekommen das freut mich weil linus der gibt immer und schön dass der linus auf jeden fall bekommen hat ja das freut mich dass der linus der linus hat das bekommen das finde ich sehr schön so ey der muss aber auch wirklich viel spielen ne also der der spielt echt viel haben wir eigentlich mal seine farm geguckt in dem video bestimmt oder ach ich kann das einfach nochmal machen also ich kann mich nämlich nicht daran erinnern gucken wir uns einfach nochmal an haha aber nicht jetzt mache ich ein eigenes video farm bewerten keine ahnung so zack und zack ja ist eigentlich achso ich könnte ja natürlich ins tal muss ich auf jeden fall noch auch so eine tägliche aufgabe die man immer machen kann ähm hier linus ja das wird ja das wird schwer muss ich wahrscheinlich selber herstellen 14 mal popcorn das ist auch wirklich immer also es ist ja nicht 14 mal sondern es ist ja vier mal das heißt das sind ja 8 16 14 46 oh der linus ja 56 mal das ist der wahnsinn ne das ist eigentlich viel zu viel das ist wirklich zu viel so jetzt gehen wir mal ins tal guck mal hier schön aber trotzdem also ich mache eigentlich relativ viel im tal und trotzdem habe ich das gefühl ich habe wirklich gedacht dass ich diesmal so richtig viele sachen kaufe aber irgendwie bekomme ich die punkte nicht zusammen kaufe ich das puzzle teil ich bekomme halt wirklich die punkte nicht zusammen das ist total ich habe wirklich gedacht ey diesmal diesmal werde ich hier punkte ohne aber es ist echt mühselig also muss man sagen hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht gedacht so wartet mal ich muss mal eben hier was gucken hm so zack jetzt bin ich am ah da hinten ja es ist schwer manchmal sind gar keine Tiere da manchmal manchmal sind richtig viele Tiere da also es ist immer ja wobei morgens also wir haben jetzt nicht mehr morgens wir haben jetzt schon Mittag aber manchmal morgens sind wirklich genügend Tiere da ja wir könnten jetzt bis zum Elefanten fahren das ist allerdings ziemlich weit wir könnten versuchen hier unten ob das näher ne das ist nicht näher wenn ich zum Elefanten da fahre da ist aber kein Reservoir das ist das Problem ja da ist kein Reservoir in der Nähe das heißt ich fahre besser wo bin ich denn überhaupt da bin ich ich fahre mal besser hier unten hin ja fahren wir da hin da ist auf jeden Fall ein Reservoir ne warte mal ach ey das ist doch das ist doch komm ja ein bisschen frech ne jetzt ist mir das Tier auch noch weggelaufen na gut ich hab eh noch ausreichend Sprit sag ich mal jetzt können wir da und da unten ist ein Nilpferd ja ist halt besser wenn man drei Stück abgibt ne das ist schon ganz gut ja wie gesagt manchmal ist es super schwer manchmal ist es super leicht das ist so ein bisschen also es sollten eigentlich schon immer genug äh tier boah fünf Sprit und bis zum Reservoir da unten ist auch noch eins ich glaube sogar da unten ist es einfacher ach da war ein Elefanten da war sogar ein Elefant so bis da sind es nur drei und bis dahinten sind definitiv mehr also fahre ich hier unten hin hab sogar noch 50 Sprit also von daher richtig äh ah ne 47 47 47 Sprit noch also genug über und was kriegen wir hier 300 160 ja gut 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 das ist wirklich damit kann man schon oh krass Linus und Pandarosa Pandarosa so weg damit und da gibt es ein Geschenk und was gibt es ok es sind ähm Tickets Tickets gab es sehr gut so jetzt habe ich gar nicht im Überblick wie lange ich eben aufgenommen habe aber ich glaube das waren auch so 6 Minuten könnte sein dass es wieder nur ein sehr kurzes Let's Play wird komm wir füttern unsere Tiere noch wie gesagt ich finde das richtig gut dass alle diese Hüte und so albern finden ja da habe ich jetzt alle meinen Tieren ausgezogen weil ja ich hab gar ich denke manchmal so ich stehe alleine mit meiner Meinung dass ich so ein bisschen komisch bin ne denke ach Ente du bist schon ein bisschen sehr komisch denke ich dann ne sondern deine Meinung ist immer sehr hm speziell und dann schreibt er aber schreiben welche nö nö also ich finde die Hüte auch ich habe gedacht das finden alle total super diese Hüte das alle so yeah voll cool voll schick guck mal mein Tier hat 20 verschiedene Hüte und ich setze denen jeden Tag einen anderen auf nö guck mal ich finde es so irgendwie viel schöner vorher vorher so voll bunt mit irgendwelchen komischen Mützen und total wie gesagt ich finde auch manche Maschinen umso alberner die werden umso blöder finde ich die diese ganzen Standard Sachen die es früher gab ne hier zum Beispiel dieser Rosen Stand der ist ja relativ neu aber Salat Stand ist auch relativ aber hier zum Beispiel die ne das sind alles so die diese Standard Sachen und irgendwie feiere ich die also die normalen Sachen finde ich wirklich mit am besten und diese neuen boah ja manchmal habe ich das Gefühl die wollen halt ach um jeden Preis einfach nur ein neues Update rausbringen so äh das sieht zwar doof aus aber passt auch irgendwie gar nicht zum Spiel aber wir wollen einfach mal wieder ein Update machen so kommt es mir manchmal vor so hier ein bisschen vorbereiten das finde ich übrigens gut dass man so viel vorbereiten kann wie man will dass die einfach dann vor der Maschine liegen das finde ich richtig gut das finde ich mega gut so haben wir eigentlich alles ja eigentlich haben wir alles ne können wir eigentlich Feierabend machen im Derby wir sind irgendwie leider obwohl ich ja hätte ich mir einen besseren Platz gewünscht gut alles gegeben ach ich habe ich gar nicht reingeguckt gibt es Dekos 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 ja die Deko ok ah die hatte ich auch schon ok letzte fehlt noch ähm die die Deko habe ich werde ich trotzdem nehmen die Deko habe ich auch schon werde ich auch trotzdem nehmen Deko 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 wobei guck mal da gibt es ein Puzzleteil ja Puzzleteile sind eigentlich wichtiger ja Puzzleteile sind eigentlich wichtiger ich werde wahrscheinlich ein Puzzleteil nehmen ja 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 ich nehme ein Puzzleteil so das kann man jetzt auch wegschmeißen das kann man auch wegschicken und 100.000 Punkte wir haben schon die Hälfte des Levels gemacht also wir werden auf jeden Fall äh noch ein Level abkriegen mit dem Farm Pass naja werden wir auf jeden Fall kriegen so und ich bin raus für heute ich wünsche euch wie gesagt ein schönes Wochenende schaut gerne mal auf meinen anderen Kanal ich spiele gerade ey 24-7 spiele ich ein anderes ähm Handyspiel äh Jurassic Park alive world alive super cool ich verlinke euch mal einen Einladungslink wo man mit mir zusammen dort spielen kann in die Kommentare weil ich spiele es wie gesagt wirklich ich spiele wirklich den ganzen Tag äh zusammen mit der Elke die ist im Club und wir kämpfen gegeneinander miteinander das ist ziemlich cool ja wenn du dabei sein willst einfach auf den Link klicken runterladen und mitzocken tschüss